Hallo Filmschatzfans, ich bin Sebastian und ja, wir müssen jetzt über den neuen Super Mario Brothers Film sprechen, den ich gesehen habe. Und ihr kennt mich ja, ich liebe ja auch den alten Film von 1993. Wie ich jetzt den neuen fand, das will ich euch jetzt verraten. Das geht natürlich komplett ohne Spoiler, weil ihr sollt das Ganze ja auch einfach so für sich genießen können. Deswegen würde ich mal sagen, kein Spoiler, let's a go. Ja, 1993 kam der erste Super Mario Brothers Film in die Kinos und wurde ein gigantischer Flop. Und danach hat Nintendo sich ganz, ganz lange erst mal gesagt so, nee, wir konzentrieren uns auf das, was wir können. Wir machen Spiele, aber keine Filme. Jetzt hat man sich doch dazu durchgerungen zu sagen, okay, wir machen einen Animationsfilm vom Studio, das uns schon die Minions gebracht hat. Und die sollen jetzt einfach mal Super Mario auf die Leinwand bringen. Und die Story, die wir hier präsentiert bekommen, ist erst mal relativ simpel. Mario und sein Bruder Luigi kommen durch ein magisches Rohr plötzlich im Mushroom Kingdom an. Beziehungsweise, naja, nicht ganz so. Nur Mario kommt bei den Pilzen an, während Luigi von anderen Leuten gefangen genommen wird und zu Bowser kommt. Und deswegen muss Mario jetzt natürlich alles daran setzen, seinen Bruder zu befreien. Dabei stößt er dann auf den kleinen Toad, trifft durch Toad dann auch Prinzessin Peach, der er jetzt dabei helfen möchte, das Mushroom Kingdom gegen den bösen Bowser zu verteidigen. Und dabei brauchen sie dann natürlich auch die Hilfe von der einen oder anderen Figur, die man so aus dem Mario-Universum kennt. Ich sage nur, Donkey Kong und damit sollte eigentlich auch schon wirklich alles klar sein. Was wir hier jetzt bekommen haben, ist wirklich ein Fest für jeden Mario-Fan. Das Ganze ist ein grandioser Liebesbrief, wirklich der perfekte Fanservice, wenn es darum geht, was muss in einem Mario-Film drin sein, damit man als Gamer sich sofort abgeholt fühlt. Und da findet man dann wirklich einfach alles. Ich meine, man hat es schon in den Trailern gesehen. Diese ganze Mario-Kart-Sequenz ist großartig. Die fahren auch die Rainbow Road, die ich in den Spielen immer gehasst habe, weil ich ständig einfach links und rechts runtergefallen bin. Aber es wird cool umgesetzt. Genauso auch wie das Rennen an sich. Die schmeißen dann halt wirklich mit den Schildkröten. Es gibt den fiesen blauen Panzer, der dich so oder so erwischt. Es gibt die Bananenschalen und sowas. Sie haben wirklich auf jedes kleinste Detail geachtet. Selbst wenn Mario sich sein Auto aussucht, kriegt er nicht einfach irgendein Auto. Nein, er kann auswählen, wie die Karosserie aussieht. Er kann sich seine Räder aussuchen. Halt wirklich genau das, was man aus den Spielen kennt. Auch bei Luigi geht man so ein bisschen auf Luigi's Mansion ein. Also diese ganze Horrorschiene bei Luigi. Man hat aber auch diese klassischen Jump'n'Run-Geschichten mit drin. Man hat die Power-Ups, die ein Mario irgendwie hier über das Kicken von diesen kleinen Kästen da findet. Er muss definitiv ganz viele Pilze essen, um groß zu werden. Er bekommt die Feuerblume und was weiß ich nicht alles. Es ist alles da. Das ist grandios. Das haben die wirklich mit sehr, sehr viel Liebe fürs Detail umgesetzt, sodass du dich gar nicht satt sehen kannst. Und ich habe garantiert längst nicht alle Easter Eggs gefunden. Aber es ist einfach eine verdammt große Menge an Zeug, was man als Fan entdecken kann. Und das nicht nur mit den Augen, sondern tatsächlich auch mit den Ohren. Weil der Komponist Koji Kondo ist hier auch am Soundtrack mit beteiligt gewesen. Das heißt, ihr hört auch alle Nase lang alle bekannten Theme-Songs aus den Spielen. Natürlich das klassische Super Mario-Ding, aber auch die Bowser-Melodie und die ganzen Level-Melodien und zu Donkey Kong und Asse nicht gesehen. Auch von den Geräuschen selbst her ist man sofort wieder gefangen in dieser Welt, wo man vielleicht noch mit seinem kleinen Gameboy irgendwie da saß und Super Mario gezockt hat oder all die anderen Spiele, die da nachgekommen sind. Das ist wirklich grandios. Das hätte nicht besser sein können. Und hier merkt man auch wieder, Super Mario als Live-Action funktioniert halt einfach auch nicht. Weil es eben so eine sehr, sehr wilde Welt ist, kann es wirklich nur mit Animation gut funktionieren. Und das kriegen sie hier hin. Die Figuren sind sehr, sehr liebevoll gezeichnet, sehr, sehr schön animiert. Die haben ihre ganz eigenen Charakterentwicklungen, sind wirklich toll geschrieben. Wir haben halt wirklich diese Dynamik zwischen Mario und Luigi. Luigi natürlich dann irgendwie ein bisschen ängstlicher, weil er dann ja natürlich auch irgendwie alleine durch die Gegend rennt. Das ist toll gemacht. Was mich so ein bisschen rausgeworfen hat und das ist jetzt aber auch so Meckern auf hohem Niveau, ist tatsächlich das Ding, dass der Super Mario Bros. Film schon vorwiegend für ein jüngeres Publikum gemacht ist. Also gerade so, was die Story angeht und den Humor angeht. Ich habe, ich weiß nicht, ich habe irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen gehofft, es wird mehr wie The Lego Movie, was ja auch so ein bisschen zynischer manchmal war, obwohl es trotzdem auch kindgerecht gewesen ist. Der Super Mario Bros. Film ist sehr, sehr straightforward. Also da gibt es keine sonderlich großen Überraschungen. Der Humor ist harmlos, um das irgendwie mal trotzdem nett auszudrücken. Also es gibt keine großen Doppeldeutigkeiten, obwohl man natürlich mit einem Klempner da irgendwo mal ein Rohr verlegen geht ja sicherlich irgendwie auch ein paar schmutzigere Witze reinpacken kann, die dann vielleicht eher so Leute wie mich ansprechen. Nein, hier ist das alles wirklich sehr safe. Wir haben eine gute Mischung aus so Klamauk, ein bisschen Slapstick, natürlich auch ein bisschen Wortwitz. Aber es geht nie irgendwie unter die Gürtellinie oder komplett ins Plumpsklo rein, sondern es bleibt safe. Das merkt man dann tatsächlich finde ich auch so ein bisschen an der Story, die sich nicht wirklich groß viel was traut. Also es ist wirklich okay, wir kommen am Punkt A an, wir gehen zu Punkt B, wir gehen zu Punkt C und dann kommen wir irgendwann zum Ziel. Da hätte ich mir tatsächlich zwischendurch schon noch mal ein paar interessantere Konflikte innerhalb der Welten einfach gewünscht. Tatsächlich hätte ich auch gerne in der einen oder anderen Welt noch fünf Minuten länger verbracht, aber man konzentriert sich hier erstmal jetzt wirklich so auf die großen Sachen. Halt Mario, Donkey Kong und Peach und natürlich die ganze Bowser-Geschichte. Was ja aber auch okay ist. Also ich meine, für den ersten richtigen Mario-Film und so können wir das nur nennen, auch wenn ich natürlich den 93er trotzdem mag, ist das hier ausreichend. Ist eine gute Grundlage und ich glaube Grundlage ist hier auch genau das richtige Stichwort. Weil bei Nintendo hat man ja wirklich lange gezögert, überhaupt irgendwie mal wieder in diese filmische Richtung zu gehen und deswegen geht man jetzt hier auch erstmal komplett auf Nummer sicher und das ist auch gut. Wie gesagt, es ist ein unterhaltsamer Film, es ist ein spaßiger Film und vor allen Dingen ein Film für die Fans. Darauf kann man jetzt wahnsinnig gut aufbauen und ich sage nur so viel, es gibt eine Post-Credit-Scene, die ihr auf jeden Fall abwarten solltet und es gibt ja auch so 1000 Möglichkeiten. Also es hätte diese Post-Credit-Scene gar nicht gebraucht, um zu sagen, okay, wir können noch in zig andere Sachen gehen. Man könnte einen kompletten Mario-Kart-Film machen, wo sie da halt wirklich irgendwie so Mad Max-mäßig irgendwelche Rennen fahren müssen. Man könnte wirklich auch nochmal auf Luigi's Mansion so ein bisschen mehr eingehen und da vielleicht so ein bisschen mehr so ein Horror-Grusel-Film draus machen. Worauf ich natürlich wirklich Bock hätte, wäre ein Vario-Film, weil damals das erste Vario-Spiel, ich habe es geliebt. Ich fand es großartig und das war irgendwie ein sehr, sehr aufregendes Erlebnis, das ja wirklich auch nochmal diese ganze Mario-Formel ein bisschen verändert hat, weil wir jetzt eben den Bösewicht gespielt haben. Daraus könnte man auch einen Film machen. Natürlich wird es auch zu diesem Film hier eine Fortsetzung geben, wo man auch Marios Geschichte mit Peach irgendwie weiter ausbauen kann. Neben Peach kann man ja irgendwann auch nochmal Prinzessin Daisy mit reinbringen, da so ein bisschen so Trouble in Paradise erzeugen und hier haben wir die perfekte Grundlage für ein Nintendo Cinematic Universe, wo wir wirklich in unterschiedlichste Richtungen gehen können. Mit Spin-Offs, mit Filmen, mit Serien, mit Comics hast du nicht gesehen. Und dafür bietet dieser neue Super Mario Brothers Film wirklich die perfekte Grundlage, weil hier eben an allererster Linie der Fan stand. Und das ist ja wirklich das, was bei dem 93er Film gefehlt hat. Hier haben wir es jetzt vollkommen drin. Es ist Super Mario wirklich bis zum Rand gefüllt und noch darüber hinaus, weil es sind so viele Easter Eggs und es macht wirklich einfach so viel Spaß, das auch zu entdecken. Du hast die ganze Zeit im Kino immer so diesen Aha-Moment, so, oh, das kenn ich so. Kannst den Leonardo DiCaprio die ganze Zeit machen, weil es ist einfach alles drin und das macht wirklich sehr viel Spaß. Da verzeihe ich dem Film dann auch, dass die Story jetzt halt nicht so ausgeklügelt ist und dass der Humor halt eher kindgerecht ist und jetzt nicht unbedingt Sebastian gerecht. So kann man alles verschmerzen. Es ist eine schöne Homage an Super Mario, an die Spiele, an die Spielwelt, an das Gaming im Allgemeinen und das macht einfach wirklich Spaß und ich würde es dem Film wirklich gönnen, wenn er erfolgreich wird, wenn dann noch mehr kommt, weil wenn sie es so weiter betreiben, dann habe ich davon gerne noch ein paar mehr Filme, zumal wir auch zumindest im Englischen wirklich einen ausgezeichneten Voice-Cast hatten. Ich habe jetzt die deutsche Fassung gesehen, die war auch vollkommen fein. Das einzige, was ich nicht so mochte, war die Sprecherin von Prinzessin Peach. Die war so ein klein bisschen emotionslos, aber ansonsten auch das Meckern auf hohem Niveau. Ich hatte meinen Spaß damit. Jetzt frage ich an dieser Stelle natürlich wie immer euch, werdet ihr euch den Super Mario Bros. Film angucken. Wenn ihr ihn schon gesehen habt, wie fandet ihr ihn und was war so euer Lieblingsspiel aus diesem ganzen Mario-Universum? Wie gesagt, hier, Wario, Super Mario Land 3, glaube ich war das. Ich habe es geliebt und drauf und runter gezockt. Schreibt mir all das in die Kommentare und für mehr klickt einfach auf eins von diesen Videos. Vielen Dank. Vielen Dank.